Musik 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 Und Yoko So zu einer neuen Folge Toa Berlin Terros Town Und zwar auf dem Suchtpunkter Server Mit interessanten Weapon Packs Ähm, außerdem gerade auf der Map, äh, The Way irgendwas singst da Möget ihr kennen Ich glaub, die Grafik möchte ich nicht behalten Na, bloß nicht Ist glaub ich ne SMG da vorne, ne MP7 Ach stimmt, hier heißt ja MP7, wie auch immer Äh, Professor Dock oder so ähnlich Irgendwie so Professor Fork Dock oder sowas ähnliches Ist Traitor, der hat mich einfach so angegriffen Dock Food Oh, interessant Ein Wendamer, offensichtlicherweise Nicht einfach mal so am Anfang der Runde Ähm, das heißt, Ihnen anschließt Das war der Da-Koll Dann wir so zu drüben Okay, ich werde jetzt mal gerade, äh, äh, Kick-Word gegen den Staaten Also dann bis zur nächsten Runde, also bis zum Ende der Runde wir immer Okay, die Twitter haben gewonnen und hier von Wegen, First, Lapper, Professor Dock-Food Was der First 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 To Kill, genau Von Wegen Too bad Ja, der hat der Pech gehabt Ne, der so Ende war der Idiot Was der First Wurde gehört Kickt Offensichtlicherweise Sehr gut Also, das hat man gerade auch wirklich in meinem Video gesehen, der hat mich angeschossen und wie der danach gesagt hat, ich habe ihn ja angeschossen, ne? Ich hätte gerne wenigstens ein bisschen Munition, außerdem, das ist zwar sonst meine Äh, okay, jetzt habe ich Äh, das ist zwar sonst meine Lieblingswaffe, aber in dem Weapon-Pack nicht ganz so sehr Und hier einfach viel bessere Waffen Die Runden auf diesem Server dauern immer so Ewigkeiten Nicht unbedingt positiv, würde ich sagen Ist ein bisschen Shotgun, okay Nein, 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 nein Sie steht in der Session und Total bei mir dasselbe Ich hab schon sehr für mich insgesamt gespielt wie, äh, dieser Session auf diesem Server Scheint nicht so ganz zu funktionieren Der Verlierer stört, der Verlierer stört Ich suche es aber schon Erstmal irgendeine bessere Waffe Ich bin bei Ilavoluf, oder so ähnlich Ich hab grad deinen Namen nicht richtig lesen können Ich hab grad deinen Namen nicht richtig lesen können Ich hab grad deinen Namen nicht richtig lesen können Mann, ich wollte von dem Weg gehen Ich will einfach hoch geht und er folgt mir, äh, naja, er folgt mir nicht, aber ich will einfach den Weg in den ich gehen will Nee, war schon mal Ja, ja, naja, ich hab grad Ich hab grad Und das ist alles klar Ich hab grad Ich hab grad Ich hab grad grad Ich hab grad grad und naja links rechts die die was war das gerade ich häng irgendwie plötzlich fest was ist gerade los es leckt oder was also bei mir leckt es gerade irgendwie extrem hm was ist jetzt los das ist immer das blöde wenn man nicht wie die meisten Netzplayer glaube ich oder auf jeden Fall die ganz bekannten Netzplayer die TTT Netzplay man nicht so eben auf eigenen Servern nur mit Leuten die auch mit aufnehmen und die man kennt aufnimmt dass es da nämlich auf mein Ende mal gibt allerdings was jetzt gerade los ist weiß ich echt nicht so genau hm das ist seltsam und ich würde mal sagen dass ich dann jetzt mit diesem Netzplay aufhören das wird wirklich ein etwas seltsames Netzplay erst gewendet und dann ähm kompletter Stillstand lag also ich konnte mir ja immer noch meine Maus bewegen aber mir auch nicht ah ja das war jetzt nicht so gut aber trotzdem ist diese Folge TTT jetzt zu Ende also nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video wow es regnet grad voll heftig ihr